moin moin willkommen zu einem neuen let's play hier auf diesem kanal und zwar werden wir mal wieder prison architect spielen ich habe wieder extrem lust auf das spiel und das dürfte jetzt auch dann mittlerweile schon die dritte nennen wir sie mal season sein ich habe bock ich würde sagen wir schnacken auch nicht lang rum und gehen mal direkt rein die leute die das spiel nicht kennen es ist halt einfach eine gefängnis simulation und ich denke wir werden ja von grund auf starten auch nicht mit so viel kapital so dass ihr dann auch ungefähr wisst worum es geht also dann können wir das gemeinsam alles wieder forschen bis das hat sich anscheinend auch geändert das kenne ich hier so gar nicht das menü das hat sie ein bisschen verändert genau uniform auswahl bei der klassischen uniform denn die hier dafür brauchen wir die ein dlc ist die ich jetzt nicht nötig fand sonst hier uniform farbe passt so alles wir lernen beim standard direktor und könnte interessant werden wenn havert haben wir denn da das gibt jetzt mal hatten wir hier den schatten wuff natürlich viel zur auswahl ist jetzt aber immer alle hunde ja warum denn nicht all da oder warum nicht jeden hund bin immer alle rein so weltgröße wir gehen auf groß kapital ich weiß nicht mehr genau wann 500.000 dollar viel wahrscheinlich ich würde sagen wir starten mit 100.000 wenn wir nicht 100 jahre warten müssen auf geld wetter und intensität würde ich auf standard stellen das gibt es auch den winter ne oh gott da müssen wir dann auch später wegen heizung und so was schauen bauland standard würde ich erstmal auch sagen nichts geht über den standard so wir beginnen im frühling banden sind auf standard dynamische ruf varianten dynamischer gesagt herrlinge haben die möglichkeit je nach ihrer aktivität und den gesammelten erfahrungen während der gefehlenschaft einzelne eigenschaften ihres rufs zu erlangen oder zu verlieren erniedrigt die anzahl der hälfte mit dem national extrem niedriger hoch die anzahl hälfte mit den namen moderat wir dann gehen auf standard da geht ich dann gehen wir vom model so nebel des krieges würde ich auf jeden fall sagen das heißt wir brauchen für bestimmte orte auch überwachungskameras das ist wichtig oder auch geil niederlagebedingungen machen wenn man nicht wälder erzeugen bitte nicht aber bei baumgruppen nicht schlecht dann können wir das heute auf jeden fall für irgendwas verwehr wobei scheiß drauf erstmal ne scheiß mal drauf das ist in dem wir uns baufläche weg sehr erzeugen ist ebenfalls der gleiche schmuh machen wir auch nicht gebäude zeugen ebenfalls nicht direkt modus spielen sie jetzt direkt vor ort im gefängnis dass sie bauen machen wir auch nicht wenn man wenn sie die als direktor sterben ist das spiel vorbei okay das ist glaube ich neu aber machen wir auch nicht ereignisse machen wir auf jeden fall das könnte halt sein büroerbruch oder sowas so weil ich das noch weiß temperatur wärmebedürfnis ja wir nimmst mal dazu doch wenn es mal dazu mutatoren mutatoren werden wir glaube ich nicht so viel machen wir das halt auch viel wirres zeug dabei sage ich mal gefahren sind steaks maximal nene das gute zeug saurer regen laune schäftlinge ja breit nur zum spaß ärger ich glaube wir werden sowieso auch genug probleme bekommen derjenige oder die leute von euch die die letzte season geschaut haben die wissen es gab nur stress in unserem letzten gefängnis wirklich nur ärger täglich bestimmt um die 50 tote da waren wir immer froh wenn das ding mal nicht über zehn tote gegangen ist oder so ich weiß nicht mehr so genau auf jeden fall aber absolute katastrophe die bedürfnisse ihrer häftlinge nehmen wesentlich schneller zu können wir ganz normal lassen ausschließlich band mitglieder nene können auch ganz normale leute kommen das ist alles okay alle häftlinge sind legendär nene durch guter mix so erleichterung das heißt wenn wir das hier machen dann bekommen wir ich glaube weniger stress aber dann die halt viele aufgaben ab keine warten auf das auf den lkw das ist das wird später echt nervig auf lkws zu warten für bestimmte sachen muss ich sagen das ist echt ich überlege das ding tatsächlich anzumachen weil es ist halt nur quality of quality of life change es ist jetzt es ist schon ein vorteil natürlich aber jetzt auch kein merklicher es macht alles schwer nur angenehmer ich glaube das machen wir mal an ansonsten ist das alles so in ordnung ist das ja das mal machen ansonsten regelbrecher der schnelles gehen bäune ich würde alles in ordnung und ob sie wollen oder nicht okay so alles bringt die toten raus okay etwas anderes ich glaube das ist jetzt tatsächlich ja ja irgendwas ja gut etwas anderes halten etwas wildes aber da machen wir mal nicht ist schon in ordnung so ansonsten ist das okay wo speichern brauchen wir jetzt eigentlich nicht dlc einstellungen die untoten haben wir nicht aber hier verflings alterung ja lassen wir mal aus lassen wir aus sonst weil sie auch nicht lassen wenn man so wird ist auch standard dann ist man auch auf standard haben wir schon gesagt insel gebunden ja ist alles okay ja das machen wir mal dann müssen wir nicht sind wir gezwungen auch hier so gummizellen zu bauen und gefangenen transfer finde ich jetzt nicht so so krass deswegen lassen wir das mal und gehen auf wiedergabe aber lange genug gequatscht und jetzt wird es auch mal ein bisschen leiser und ihr seht das ist erst mal unsere baufläche so sieht jetzt erstmal nicht groß aus wobei damit schon viel anzufangen ist und später können wir auch hier ordentlich drumherum expandieren das heißt wir können das gefängnis wirklich riesig werden lassen letztes mal war es in der letzten season war das ja so dass wir ziemlich weit gebaut haben und das hat plötzlich angefangen an ordentlich zu legen ich habe mich da jetzt ein bisschen drum nummer schlau gemacht das dürfte jetzt erstmal nicht so schnell passieren bricht wir können auch noch wesentlich weiterspielen genau wie fangen wir jetzt ja also wenn man ein gewisses gut haben und wir brauchen ja gewisse dinge beim gefängnis so hier oben haben wir das sind nur die basic sachen bürokratie kommen wir noch hin wenn wir ein direktor einstellen das wird alles zu lang hier denn was war das zuschüsse holen wir uns auch noch auf jeden fall und dann noch mal extra geld abzukassieren genau so was brauchen wir den reich für so ein gefängnis wir bekommen auf jeden fall war es mal weiter pause bitte dankeschön also wir bekommen ungefähr 24 stunden acht häftlinge mit zweimal niedriger sicherheitsstufe und sechs normale das klingt jetzt erstmal nicht viel aber später bekommen bekommen wir busse oder mehrere gefängnisbusse mit viel viel mehr leuten drin da kommen da vielleicht 50 insassen pro tag das ist viel dann hier sehen wir auch schon wir können dann später auch hier hohe sicherheitsstufen oder höchste sicherheitsstufe auch noch aktivieren das kann auch jetzt schon machen gibt uns mehr geld aber sie müssen die sind natürlich schwerer zu händeln jetzt psychisch krank haben jetzt auch eingestellt das heißt da müssen wir halt bestimmte einrichtungen für noch errichten gummizellen und sowas gibt uns aber noch mehr geld gefangenen transfer haben ausgestaltet wobei anscheinend ist es doch hier okay dann geht es anscheinend doch haben wir aber auch noch zu so wie gesagt begrenzt das geld wir den grad 840 im plus oder ist unser cashflow eher gesagt objekte blablabla räume was brauchen wir am anfang am anfang für die leute diese spiel nicht kennen brauchen wir eine verwahrungszelle oder ich persönlich baue eine verwahrungszelle da kommen dann erstmal die die insassen die ersten einfach rein das ist eine große zelle mit bisschen stühlen bänken da kann man immer rüber haben ihr seht hier raum anforderungen wir brauchen mindestens eine bank oder und mindestens eine toilette wir brauchen nicht mein bett aber so da kann man erst mal die häftlinge reinhauen bis wir dann später etwas mehr geld haben und dann auch schon hier die ersten zellen in massenproduktion sage ich mal errichten können ansonsten seht ihr noch viele räume sind noch gar nicht erforscht da kommen wir noch zu aber auch viele brauchen wir noch gar nicht wie zum beispiel büro des psychiaters brauchen wir nicht gemüse beete oder sowas brauchen wir auch noch nicht da kommen wir später zu dann können wir das exportieren und noch die und gibt noch mehr geld und wir können uns da sogar auch selber versorgen das heißt auch die häftlinge werden dann in der kantine die übrigens dann auch jetzt gleich brauchen können auch so ernährt werden durch sachen die wir selber anbauen so leerer raum gut ist jetzt erstmal irrelevant wie auch neu rezeption brauchen wir auch am anfang und zwar da kommen die ganzen häftlinge erstmal an dann halt eine dusche ist nie unwichtig kantine ist nie unwichtig eine küche sowieso nicht weil das essen muss ja auch gemacht werden und ein paar büro gebäude ein büroräume werden auch nicht schlecht für unsere mitarbeiter genau im personal was ein personalraum genau auch nicht schlecht um die bedürfnisse des personals zu erfüllen so das war jetzt erstmal viel einleitung vieles wird sich auch währenddessen noch klären und ich würde sagen wir fangen jetzt erst mal an wie lässt es hießen auch und zwar werde ich erstmal ein bisschen vorplanen und seht ihr planung da kann ich jetzt wie ich möchte ein paar sachen einfach schon bauen bisschen vorbereiten weißt du weil ich kann jetzt natürlich direkt immer schon drauf losbauen paar räume und sowas aber das kann dann später wirklich in einem großen chaos enden und da plane ich lieber ein bisschen vorerst mal und dafür würde ich jetzt erstmal kurz einen kleinen cut machen und schon mal ein bisschen was hier vorplanen mit räumen dann hier gegebenenfalls eine tür mit türen aber kann man mittlerweile auch so machen das ist auch neu ist auch noch drehen wahrscheinlich habe ich weiß kann daher also ich auch so türen einfügen und was kann ich alles vor planen kostet mich kein geld gar nichts das ist halt nur um alles schon mal irgendwie gut planen zu können wie gesagt so und dann würde ich sagen sehen uns sofort im klänkart wieder wenn ich ein bisschen was vorgeplant habe und bis sofort so da habe ich mal was vorbereitet sieht jetzt erstmal ganz viel aus aber eigentlich ist es gar nicht so viel und es ähnelt vielleicht auch ein bisschen dem aufbau vom letzten mal aber auch ja vielleicht grob ein bisschen mehr dann doch ja doch aber das hat alles ja sind sinn und zweck und wir werden nach hinten hin sowieso nach links hier sowieso noch viel viel mehr anders bauen als vorher das war ja später absolut alles unübersichtlich und unkoordiniert diesmal möchte ich gerne direkt anfangen mit bereichen dass ich gewisse bereiche direkt ein teil wenn das hier nicht absolutes durcheinander es ist eine notebook seite ich weiß gar nicht wofür die eigentlich sind aber ist auch irrelevant so die baumarbeiter die ersten sind schon angekommen und dann gucken wir mal kurz was habe ich denn hier schon vor geplant so wir sehen ja hier das sind die mauern die ich schon mal gezogen habe hier kann man schon mal also räume an das sind objekte hier diese weißen kästchen habe ich überlegt dann wieder bäume hier hin zu pflanzen das hier diese leeren felder sage ich mal hier das sind wege so genau das werden hier büros das habe ich jetzt mir so gedacht hier tun wir einmal strom hin da einmal wasser hier ist die große verwahrungszelle und hier ist die ankunftszelle also die rezeption jetzt fehlt natürlich noch die kann man sagen die dusche wobei das muss jetzt nicht sofort sein ja ist nicht ganz wichtig sage ich jetzt einfach mal aber wir brauchen eine kantine noch und eine küche die werden wir dann hier gleich hin bauen aber wir müssen ja irgendwo erst mal anfangen und die küche brauchen wir aber echt ganz schön schnell die jäsen kommen schon demnächst demnächst aber wenn schon alles schaffen fangen wir jetzt erstmal an den ersten raum zu bauen dafür machen wir erstmal den hier so das hier wird ein eigenständiger raum wenn ich aber jetzt hier schon anfangen diesen raum mitzubauen dann wird sich hier eine lücke eröffnen das heißt hier wir dann hier keine mauer sondern dass wir dann ein ganzer block hier also bauen wir dieses ding erst wenn das hier fertig ist so türen eine große gefängnistür natürlich so einfach kommt man hier nicht rein kommt ebenfalls schon mal eine hin und hier drin können wir auch schon mal die wände platzieren es gibt natürlich viele verschiedene wände ist mir eigentlich wurscht mal was all totes ich glaube wir gehen mit der ganz normalen ziegelwand mit der guten ach können wir gar nicht muss erstmal gebaut werden vergessen auto beleuchtung eigentlich ungern mache ich die ersetze ich lieber gerne selber die wenigstens ein bisschen sparsam eingesetzt sondern was hat noch mal wenn schon dann richtig das können wir schon bauen weil das an diesem raum nicht angrenzt hier wird halt einmal strom oder wasser sein eins von beidem und da wird das andere sein weiß auch schon mal bauen und hier können wir schon mal die ersten büros setzen und die deswegen sowas wie bros zum beispiel werde ich später auch kopieren das geht hier beim schnellen baum das heißt schnell schnellen bauen so wo war denn das moment mal haben die das ja auch noch geändert genau klohn das heißt ich kann später wenn ich einen fertigen raum gebaut habe einfach mal den machen markiert irgendwie ein feld und sagt das hätte ich jetzt gern da auch das das geht dann nachher relativ fix das ist ganz geil machen erstmal so dann brauchen wir oben noch ein personalraum hin das sind natürlich jetzt viele sachen auf einmal die wir hier planen aber wird hoffentlich so genau und küche planen wir gleich sofort haben wir es erstmal an das ding ist natürlich auch um die hier die häftlinge später dann zur kantine schicken zu können brauchen wir natürlich auch einen abgesicherten bereich spricht der muss unbezäunend sein mindestens zwei sind aber nicht so sicher deswegen sollten wir wenn dann schon gucken dass wir mindestens irgendwelche betonwände oder sowas haben wenn es nicht anders geht noch ein zaun nehmen aber dann besten zwei hintereinander weil häftlinge versuchen gar nicht so selten hier die flucht zu ergreifen sei es über die mauern sei es auch unter der erde mit dem seite tunnel buddeln das ist da tatsächlich vieles möglich aber fangen wir jetzt erst mal an da seht ihr schon die ersten transporter kommen hier mit stahl beton zutaten haben wir tatsächlich auch schon mal warum auch immer ja man konnte kondensator sind so diese anfangssachen die bekommst du so oder so hier in kondensator und ein pumpwerk und elektrizitätswerk wird auch noch später interessant denn pumpwerke kann man theoretisch auf der ganzen map verteilen lassen aber schon der ist im büroraum fertig können wir dann schon mal als machen wir sofort was wollte ich jetzt sagen jetzt habe direkt faden verloren geht direkt gut los hier was wollte ich jetzt war wahnsinnig lost genau elektrizitätswerke da müssen wir halt gucken die können wir mit kondensatoren ordentlich hoch boosten aber irgendwann ist deren leistung beim maximum dann müssen wir irgendwo noch ein weiteres elektrizitätswerk bauen theoretisch gesehen auch schon was wir noch alles machen können hier das für wasser das verkabelung das wird sowieso also theoretisch kannst du richtig ins technische reingehen das sieht jetzt erstmal nicht viel aus aber da kommt noch wesentlich mehr das darf hin zu später glaubt mir mal das wird richtig kompliziert also kann richtig kompliziert werden so jetzt haben wir erst mal erst mal das erste bürogebäude hier büros sind wichtig für zum beispiel neben direktor dem sicherheitschef den bauherrn war das nicht weiß ich gerade schon gar nicht mehr für den anwalt und sowas um halt gewisse dinge zu regeln und als eintritt machen diese betonplatte und das machen das paket gerne setzen wir eine lampe da rein meinetwegen auch ein springt ein springplan lage denn es kann natürlich auch brennen und da ist eine springplan lage tendenziell gar nicht so schlecht sowas brauchen dann können wir jetzt gucken was brauchst du ein büro eigentlich mindestens mindestens vier mal vier das passt da haben wir dürfte 55 sein dann ein büro schreibtisch oder ein schicken schreibtisch je nachdem was wir uns leisten können also beginnt natürlich mit dem büro schreibtisch weil ist klar so dann ein stuhl hier gibt es auf jeden fall gar kein holzhocker oder kein sessel metallhocker ist auch schön und ein aktenschrank aber auch kein checken weil wir haben kein geld das reicht schon aber für ein büro was ganz geil ist bei diesem spiel theoretisch gibt es ein riesiges bauobjekt menü das heißt du musst immer raussuchen nehmen musste nicht ich so mir jetzt erst mal ganz weit rein dann merkt das spiel so oha der ist auf dem hier ist in der nähe eines büro raumes dann hier hebe ich das mal hervor was er braucht oder mach rein machen könnte gemälde brauche ich jetzt nicht unbedingt aber sowas wie halt büro schreibtisch oder ein stuhl das erhebt er mir direkt hier vor das ist wahnsinnig praktisch dann erspart das schon mal die ordentliche die suche hier schon mal stuhl schreibtisch das ergibt voll und ganz sinn ein aktenschrank das war es dann auch schon mehr brauchen wir da schon wieder gar nicht haben wir meinetwegen hier zwei aktenschränke hin because why not und können auch ein sessel reinsetzen oder weisen den radio aber nur wir müssen erstmal gucken wo wir bleiben hier würde ich sagen theoretisch brauche auch nur einen aktenschrank aber ich möchte gerne dass hier ein bisschen gefüllt hat drin ist und ich absolut leer aussieht dann können wir schon mal den direktor einmal hier einstellen gibt natürlich immer nur ein so der brauchen büro da geht zieht er gleich sofort ein wenn das büro fertig ist also wenn das eine alle erforderung erfüllt direktor mein freund und jetzt genau mit dem direktor haben wir jetzt hier die bürokratie freigeschaltet damit können wir den sicherheitschef freigeschalten hier die ärzte auszubildende psychologen verwalter verwaltungen ihr wisst schon nach buchhalter heißen die genau wie heißt der vorarbeiter und das ist ein anwalt für jeder von denen braucht tendenziell ein büro sicherheitschef brauchen wir eigentlich nur ein wartung könnte man auch mal eigentlich auch nur ein wobei später gibt es ja auch noch dann programme die wir für die häftlinge ins leben rufen können ich das kann er kann er sie unterrichten genauso auch wäre ich wie ein sicherheitschef finanzen ebenfalls nicht unnötig anwälte immer auch nicht verkehrt ein paar mehr zu haben ärzte sowieso am besten ganz viele und ihr seht jetzt hier vom sicherheitschef geht es schon wieder hier mit ein paar strichen nach außen und zwar können wir hier ein paar weitere sachen erforschen natürlich kostet das alles aber geld wird das geht hier zum beispiel bei der sicherheit so weit dass ich die überwachung machen kann optimierte überwachung hunde waffenkammer mit dann halt shotguns auch wachtürme was haben wir noch nicht tödlicher scharfschütze auch mit bestimmten effekten oder sowas und hier auch ganze gar nicht so unwichtig gartenpflege und reinigung weil sonst wird das gefängnis draußen wie auch drinnen wahnsinnig dreckig ich bin aber erstmal immer direkt glaube ich war das weil ich fange hier nicht ich glaube immer hier mit ersten mit erwartung um alles erstmal sauber zu halten wir gehen wir mit erwartung okay dann beginnen wir erwartung müssen erst mal warten bis das büro fertig ist damit anfangen kann zu forschen so wir haben ja auch jetzt jahreszeit angemacht also den jahreszeitenwechsel sprich wir haben jetzt gerade 56 grad das ist all right soweit ist jetzt nicht nervig man kann auch jetzt schon überlegen aber trotz dessen hier schon eine heizung irgendwo rein zu planen oder ja wobei in büros eine heizung ist eigentlich auch nicht so wichtig wird auch hier hervorgehoben aber diese ganzen heizkörper die müssen nicht nur mit normalen rohren versorgt werden nein sondern mit wasser warmwasser leitungen und die haben eine nicht so große reichweite das heißt da muss immer so ein warmwasser boiler immer in der nähe stehen und das schon sehr aufwendig und ziemlich nervig das heißt warmwasser boiler werden wir wahrscheinlich nur so zum beispiel im personalraum benutzen in der waffenkammer im sicherheitsraum aber und vielleicht auch noch in der verwahrungszelle aber später dann bei den heftlingen werden wir nicht in jede zelle eine heizung tun das werden wir nicht wir sind kein luxus gefängnis vielleicht weiß ich nicht eigentlich nicht eigentlich sind wir kein luxus gefängnis deswegen werden wir das mal nicht tun so man kann schon mal sich bauen gute alte gebig platten ihr wisst bescheid mein baum muss hat sich echt gefühlt kaum geändert aber wie gesagt das wird sich wieder sowieso alles noch ändern das ganze aussehen da wird dann noch das wird komplett anders aussehen darf ich euch jetzt schon so genau die sind noch fleißig dabei man könnte jetzt überlegen wir haben sind auch ein plus noch mal doch noch mal jetzt noch ein paar arbeiter ein machen brauchen wir noch nicht brauchen wir erst wenn wir entsassen haben haben wir gerade schon gesehen theoretisch kann auch schon farme einstellen aber wie gesagt das geht erst wenn wir früchte und sowas haben gibt das dann aber kommen später zu köche ich habe auch jetzt schon einstellen aber der braucht auch ein büro und jetzt gerade haben wir noch keine fälle die ein psychiater benötigen deswegen irrelevant so jetzt haben wir das hier einmal so eingerichtet ist das noch nicht jetzt aber das büro kommen auch schon mal einrichten einmal dann können wir das nämlich immer jetzt kopieren genau das können wir dann auch kopieren hier nebeneinander dann passt das büro wo warst du doch gleich geht bestimmt auch anders aber ich habe es jetzt immer schon so gemacht ich finde es jetzt aber auch nicht ganz umständlich also passt das noch alles das springt da müssen wir nachher auch noch mal mit einer mit einem wasserrohr verbinden weil sonst bringt auch der springt da nichts dann ist er halt da aber kann sein effekt nicht lostrehen das heißt dann bringt auch nichts meinetwegen man dann hier naja dann wieder den guten alten stuhl und hier die aktenschränke wir hatten geld hier für 400 euro ledersessel gibt ja den guten alten klappstuhl für 30 euro 30 dollar hergesagt ist der bescheid lkws kommen gerade nicht haben wir alles hier oder ein lieferungsgebiet ist gerade schon voll da müssen wir später auch unbedingt darauf aufpassen weil sonst ist hier richtig viel stau nicht wobei das mit den lkws haben wir ausgeschaltet ne stimmt das heißt wir haben nicht diesen lkw stau mehr weil der ist später einfach nur noch nervig und auch nicht hat jetzt auch nichts unbedingt mit spaß mehr für mich zu persönlich zu tun hier werden wir die wände gleich reinsetzen und sieht jetzt schon hier ist alles dunkel die kann ich zwar so rein leuchten mit einer taschenlampe auch nachts sieht man das dann so kann ich zum beispiel den nebel des kriegs glaube ich aufdecken weiß ich schon gar nicht mehr aber selber war ne wobei ich glaube gar nicht ich weiß es gar nicht mehr verdammt auf jeden fall später werden auch arbeiter in so abgeschotteten gebieten also bei den nebeln des krieges werde ich die nicht mehr sehen können sondern nur wachen wenn die mir die sicht aufdecken und noch ein paar andere angestellte aber wenn eine ein heftling jetzt sage ich mal in nebeln des krieges verschwindet verschwindet so weiß ich nicht weiß ich nicht was der da macht das hat auch immer interessant für später vor allem für überwachungskameras an gewissen orten nicht überall aber an gewissen orten die nicht unwichtig sind so hier drüben werden wir jetzt mal eine liefste wand machen oha wird jetzt richtig hart hier und zwar habe ich überlegt machen wir hier die toiletten rein weil das wird ja eine verwahrungszelle und da brauchen wir auf jeden fall ein paar toiletten drin damit die wenigstens das geschäft erledigen können gibt es auch meinetwegen noch mal türen wir sind ja nicht ganz schlimm zu unseren leuten hier ist unseren heftling später so ganz schrecklich sind wir dann ja nicht würde ich jetzt mal sagen so ich habe auch eine ganz eigene bauweise das werdet ihr oder ich denke ich früher später dann schon mitbekommen wenn ich teilweise auch sehr eigen muss ich schon vorher einmal vor waren und mein innerer monk also deswegen plane ich immer so gerne vor wie gerade eben sonst ist mein innerer monk wahnsinnig unzufrieden das schon mal von vorne raus gut wir haben jetzt immer noch einen positiven cashflow aber ihr seht von unseren 100.000 sind nur noch in anführungszeichen 61.000 da das ist jetzt gefühlt plötzlich gar nicht mehr so viel der typ arbeitet an der wartung und kann danach direkt wird die sicherheit machen dafür haben wir noch geld denn schon das ding braucht strom und wasser gut die arbeit haben gerade viel zu viel zu tun deswegen die können ja auch nur eins zur zeit machen toilet müssen auch noch mit wasser versorgt werden ihr seht schon da ist kommt einiges auf uns zu so wir wissen oder ich persönlich weiß wie groß schon dieses feld ist dieses wasserfeld deswegen weiß ich schon mal dass ich hier die großen rohre schon mal verlegen werde die großen rohren eine unendliche reichweite das ist ganz geil aber auch hier die kleine rohre nur eine gewisse reichweite aber die kannst du dann zum beispiel dann hier jetzt hier hier so hin tun dafür reicht das komplett aus dann bräuchte kein dickes rohren setzen das ist viel zu teuer und auch unnötig und auch hier ebenfalls könnte das hier durchziehen weil wir wissen ja auch hier werden wir springeranlagen bauen früher oder später jetzt mal die rohre schon mal durch der raum ist gebaut ich danke euch dann machen wir eine betonplatte hin meinetwegen dann ja mal metallboden wohnen passt das ja passt schon und dann bauen wir hier einmal das pumpwerk rein und dann bauen wir hier auch schon mal dann kommt da gleich das elektrizitätswerk kennen wir können jetzt auch sagen bevorzug mal bitte diesen bau hier machen wir so dann seht ihr schon da sind über zwei pfeile dran das heißt das werden die als erstes priorisiert bauen das ist gar nicht so ungeil doch hier ist es jetzt wahnsinnig dunkel wie ihr seht was ich dann haben wir noch ein büro freigeschaltet gut das büro werden wir dann früher oder später vom vorarbeiter besetzen lassen gut in einer halben stunde das ist ja gar nicht mehr so lang das ding braucht eine tür und ich weiß jetzt gar nicht was hatte ich für diesen raum geplant eigentlich gar nichts ich habe den raum einfach hingesetzt interessante frage was kommt was könnte hier reinkommen schon die ersten fragen am start ich würde sagen dass wir hier zum beispiel auch einen lieferungsraum machen können oder würde ich jetzt erstmal so sagen ach mal dann sonst eine doppelte personaltür rein dann machen wir darauf auch mal lieferungsraum in weinert das ist auch fertig wunderbar dann können wir hier auf jeden fall dann auch schon was elektrizitätswerk einsetzen und wir haben einen kondensator den hauen wir dann gleich wenn das ding gebaut ist einmal ran der kondensator unterstützt nochmal der elektrizitätswerk in der leistung aber nur wenn wir es drum herum bauen das heißt guter später wenn wir komplett einmal drum herum welche gebaut haben 20 stromkammer haben wir schon umsonst bekommen das ist ja auch schon mal nicht ungeil das ding braucht natürlich auch strom haben wir meinetwegen so und du gehst einmal nach oben bitte ob es einmal ganz oben durchziehen wir das darauf wie ihr ballert wie gehen wir auch hier direkt durch ordentlich alles mit strom versorgen hier drin habe ich jetzt noch nichts keine lampen gesetzt war dieses automatische lampen setzen was man machen kann wenn man gebäude wird habe ich ausgestellt sonst sind die lampen kreuz und quer und wie gesagt ich habe eben meinen inneren monk angesprochen der wäre dann wahnsinnig unzufrieden dass manche sachen müsste dann leider ertragen ich so was schon dann sind wir jetzt schon hier sind die lampen sehr praktisch über die stromkabel kann nicht überall beliebig platzieren die haben unendliche reichweite das natürlich mega entspannt ist haben sie jetzt wieder einiges zu tun nehmen wir mal eisenboden als untergrund finde ich ganz schick hier drin brauche ich zum beispiel aber keine lampen oder springen anlagen hier brennt es schon ab und zu mal aber darauf geschissen aber sowas wie hier lampen brauche ich hier drin nicht weil hier wird nichts stattfinden eigentlich hier sieht man schon licht ist schon hier angekommen die stromkabel sind verlegt das licht ist schon hell hier da wird das stromkabel das erleuchtet noch die beiden sachen noch das wasser ist noch nicht da jetzt ist wasser da und ihr seht schon das ding ist jetzt schon mega ausgelastet what the fuck dann würde ich sagen fangen wir direkt mal an hier immer noch 53.000 und gönnen uns mal zwei weitere konzent kondensatoren für 1000 euro insgesamt 1000 dollar sorry so der vorarbeiter müssen wir mittlerweile schon da sein genau 0 von 5 aber einer reicht vollkommen aus das kostet natürlich jetzt nicht wenig aber gartenpflege empfindlich als wichtig das untergegenigung deswegen macht er das schon mal und wir wissen wann kommt die häftlingslieferung in 9 stunden und 24 minuten übrigens auch das werden wir später sowieso noch mal machen da können wir übrigens auch eine tagesordnung festlegen so wie die wie wir möchten dass die häftlinge ihren tag verbringen wir sagen du kannst gerne um 0 uhr ins bett oder du musst um 0 uhr ins bett aber um 8 uhr morgens musst du aufstehen das heißt wir geben den acht stunden schlaf wir können auch sagen wir gehen sechs stunden schlaf aber dann könnte es natürlich durchaus sein dass sie schnell müde werden dann können wir sagen so ju du hast nichts zu tun kannst machen was du willst dann ist hier duschzeit freizeitzeit sage ich mal hofzeit essenszeit und da gibt es natürlich auch später wie schon seht arbeitszeit gibt natürlich auch gefängnisarbeit aber da kommen wir noch zu das heißt du kannst auch wirklich das ganze leben und den ganzen ablauf der flänge planen das ist ganz geil so dann würde ich sagen setzen wir wie immer das hier an dann hätte ich kann den immer den frachtboden eine lampe kann jemand das ist natürlich jetzt nicht symmetrisch war das nur als weißen zweier eingang ist da werde ich strecke kirre weißt du lassen wir das direkt mit licht da bin ja sonst fuchstoi wird's wild hier und dann machen wir direkt ein lieferungsraum noch mal raus und es geht auch schon automatisch ihr seht das schon wo direkt hin teleportiert kann man natürlich sagen so boah da ist ja hier cheating oder kann man so sehen ja aber früher oder später werden hier so viele lkw stehen das ist wirklich nur noch nervig ist und du ewigkeiten auf irgendwas wartest was was du brauchst für irgendein gebäude und dann nervt es schon und es störend so jetzt denke ich habe ja wird das genug erklärt